...papier dazu schreiben, um das noch bei der LMV einzureichen, aber dadurch, dass sie uns dann schon ein bisschen zuvor gekommen sind und auch in der Landespolitik bei den Grünen und bei der SPD, das dann auch schon relativ schnell klar war, wird dann aus dem Positionspapier dann nicht mehr ganz so viel. Und wir haben dann am Ende nochmal vom Jahr uns damit...